Hallo und willkommen bei einem Video, bei dem ich auf die Aussage von einem Anas-Islam reagiere, in dem er behauptet, er habe Atheisten widerlegt. Also für mich ist das ein typisches Anas, ich schieße aus der Hüfte auf eine Wand, sehe mal was hängen bleibt und male danach die Zielscheibe dahin, wo was gelandet ist, also viel Wirbel, wilde Behauptungen und nichts Belegtes oder Überlegtes. Und kurz vorab, ein Atheist ist lediglich ein Mensch, der nicht glaubt, was ein Theist glaubt, dass es mindestens einen Gott gibt, mehr nicht. Also behauptet ein Atheist als solcher rein gar nichts und kann auch nicht widerlegt werden, das wäre ja albern. Vielleicht habt ihr auch schon mal Atheisten gehört und sie behaupten und sagen, nun ja, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass all dies durch Zufall entstanden ist, sie ist durchaus sehr, sehr gering. Gibt es denn Menschen, die glauben, alles sei aus Zufall entstanden? Meines Wissens nach nicht. Mir sind nur Apologeten bekannt, die behaupten, dass Atheisten das behaupten, die das aber nicht behaupten. Oder ist hier was völlig anderes gesagt worden? Ist die Aussage, dass alles aus Zufall passiert oder dass nichts aus Zufall passiert oder dass kaum was aus Zufall passiert? Sagen Atheisten, dass die Wahrscheinlichkeit, dass alles aus Zufall entstanden ist, sehr gering ist? Aber was ist denn dann jetzt in diesem Video? Was genau ist die Aussage von Anas Islam über das, was Atheisten behaupten? Was sie ja nicht behaupten. Worum geht es hier eigentlich? Oje, anstatt mal klar zu sagen, was die Situation ist, was er darüber sagen will, was er versteht, was er nicht versteht, was seine Lösung ist, hier kommen nur Andeutungen und Anspielungen. Jetzt wird es ernst. Statt der versprochenen Beweise gibt es die üblichen Drohungen und die übliche Nötigung. Es geht um Hölle oder Paradies. Ich werde nie verstehen, warum manche Menschen so wahnsinnig beeindruckt sind von dem Märchen des Lebens vor der Geburt, des Lebens nach dem Tod oder diesem ganzen Konzept von Himmel und Hölle. Wenn du stirbst, was passiert mit dem Rest deines Lebens? Mensch, das ist doch nur antiker Aberglaube, bestenfalls geeignet für Kinder, aber doch nicht für aufgeklärte und gebildete Erwachsene im 21. Jahrhundert, die rationales und kritisches Denken beherrschen. Das, was Annas dumm nennt. Ist eine absolut dumme Aussage. Okay, und jetzt nach acht Minuten voller nichtssagender Laberei Und jetzt wird es ernst. Kommt er dann doch noch mit seinem apologeten Denken um die Ecke. Muss es einen Schöpfer geben, einen Designer geben, einen Erschaffer geben. Hä? Er bringt die alte Behauptung vor, dass Wahrscheinlichkeit für seinen Gott spricht. Seinen speziellen und spezifischen Gott. Und das macht er mit 80 Würfeln. Und jetzt wird es ernst. Und nur zum Verständnis. Es kann sein, dass nach ein oder zwei Würfen alle 80 Würfel auf der 6 landen. Dazu braucht man keine Götter. Und jetzt wird es ernst. Naja, als Mensch ohne Allgemeinwissen und ohne die entsprechende Ausbildung Kommt einem die DNA und das Leben, das ganz allgemein, das kommt einem ziemlich komplex vor. Also spart man sich das Lernen, das Forschen, das Denken, das Experimentieren und das Verstehen. Und sagt einfach, mein Gott war's. Das ist in der Tat sehr viel einfacher. Und wenn dann etwas nicht passt, dann hat man seinen Gotthalt falsch verstanden. Anas benutzt die Analogie, die, naja, wie fast immer bei Apologeten, gar keine ist. Und eh völlig überflüssig ist. Man kann Würfel nicht mit Biologie vergleichen. Das ist doch schon so oft erklärt worden. Und dieser Ignoramus bringt das ernsthaft heutzutage wieder vor. Wie wahrscheinlich ist es, dass aus Proteinen und anderen organischen Stoffen zufällig ein Lebewesen entsteht? Also es tut mir leid. Ich kann da nur traurig den Kopf schütteln. Weil ich erkenne, wie viele Menschen heute nicht zur Verfügung stehen, um die echten Probleme zu lösen, die wir heute haben. Er versteht etwas nicht. Und anstatt nachzudenken, springt er sofort zu, mein Gott war's. Hilfreiche Menschen wie Professor Dawkins, die haben für Kinder Bücher geschrieben und Filme gedreht und genau diese Fragen beantwortet und haben die Zusammenhänge leicht verständlich dargestellt. Was hindert einen Anlass daran, sich diese Informationen anzueignen? Kann es sein, dass sein Götterglaube da eine Rolle spielt? Kann es sein, dass intellektuelle Faulheit zu Götterglauben führt? Kann es sein, dass fehlende Ethik da eine Rolle spielt? Was muss denn geschehen, damit solch gleichgültige, oberflächliche Menschen anfangen zu denken? Was muss geschehen, damit da der erste Anstoß kommt? Mal etwas weiter zu denken als bis zum nächsten Satz im Koran? Und vor allem, was braucht es, damit die Zuschauer, die ja letztendlich der Grund für solche Videos sind, dass die anfangen zu fragen, stimmt das eigentlich, was der uns da sagt? Ja genau, stimmt das eigentlich, was ich da sage? Hä? Was? Was? Was?